Hallo Leute, ich mache heute wieder eine Übung bei Kick mit Thies und Co. vor. Dafür braucht ihr nur einen Ball und zwei Wände. Ich mache die Übung jetzt mal vor. Also ihr spielt mit dem linken Fuß gegen die rechte Wande und nehmt den wieder mit links an. Dann spielt ihr mit dem rechten Fuß gegen die linke Wande und nehmt den auch wieder mit rechts an und dann immer so weiter. Und das war schon die Übung.